Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen und zu einer weiteren schnellen Analyse vom Kandidatenturnier in Yekaterinburg. Elfte Runde, läuft gerade noch, jetzt wo ich das Video aufnehme. Anish Giri gegen Dingle, denn das ist hier die Partie, die ich euch zeigen möchte. Der holländische Großmeister begann die Partie mit E4. Er kämpft weiter um den Turniersieg. Der Sieger des Kandidatenturniers spielt ja gegen Magnus Carlsen dann um die Weltmeisterschaft, voraussichtlich Ende des Jahres. Dingle, denn am Tabellenende für ihn geht es nicht mehr um viel, aber natürlich er ist ein ganz starker Gegner. Ihr seht das ja auch in den Elo-Zahlen. Eigentlich ist Dingle, denn der Favorit gewesen nach Caruana in diesem Turnier, aber es lief nicht so gut. Gucken wir, ob es heute besser gelaufen ist. E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, spanische Partie. A6, der Hauptzug, Läufer A4, Springer F6, Rojade, Läufer E7. Ding spielt gerne den Marshallangriff und die Topspiele lassen sich ungerne darauf ein und Anish Giri hatte sich überlegt, wie er vorab abweichen kann. Und das tat er hier. Läufer schlägt C6. Ja, es ist eine harmlose Variante, wie er selber hinterher auch zugab. Aber, wie gesagt, auf Marshallangriff haben die Leute nicht so viel Bock und weichen gerne vorher ab. D schlägt C6. D3, ein ruhiger Aufbau, deckt jetzt hier den Bauern. Läufer D6, verbessert den Läufer, deckt hier den Bauern. Springer BD2, Läufer E6, entwickelt den Läufer. Hier hat man in der Vergangenheit sehr häufig B3 gespielt, mit der Idee Läufer B2 oder Springer C4, um den Druck auf den Bauern E5 zu erhöhen. Aber Anish kommt mit einer neuen Idee um die Ecke, und zwar Springer B3. Die Idee ist, hier Springer A5 zu spielen und den Bauern B7 zu attackieren. Schwarz spielt Dame E7, entwickelt sich einfach weiter. Alle Figuren im Spiel, Dame im Spiel und jetzt kann der König in beide Richtungen rohieren. Springer A5. Ich vermute mal, Giri hatte vorab nur mit Turm B8 gerechnet. Warum auch immer. Natürlich geht B6 nicht wegen Springer schlicht C6, mit Angriff auf die Dame. Wobei, ja das geht nicht, weil auch der Bauer angegriffen wird hier. Aber Ding Leden spielte einfach den sehr logischen Zug Langerochade. Er rohiert einfach und deckt den Bauern mit dem König und hat deutlich mehr Figuren im Spiel als weiß. Allerdings ist die Stellung hier momentan, ja, wenig Kontakt. Um nicht zu sagen, überhaupt kein Kontakt. Keine Bauern greifen sich richtig an. Deswegen hat der Entwicklungsvorsprung jetzt hier keine besondere Bedeutung. Und das kam auch für Giri überraschend. Wahrscheinlich ist es jetzt logisch, hier am Damenflügel anzugreifen. Sowas wie A3 mit der Idee B4, C4, Turm B1 und dann B5 und dann hier die Angriffsmarken unter Beschuss nehmen. Zumal der Springer hier auch schon bereit steht. Aber der Holländer, der junge Holländer spielte Dame E2 stattdessen. Statt A3 entwickelt erst mal die Dame. Läufer G4 fesselt den Springer auf F3. Guter Zug. C3. Jetzt bastelt Giri hier an seinem Angriff, am Damenflügel. Hier gibt es zwei Optionen, denke ich, aus schwarzer Sicht. Man kann das einfach ignorieren, was weiß davor hat. Und sagen, das dauert ja sowieso so lange. Ich kümmere mich um meinen Angriff und spiele sowas wie Turm HG8 hier. Und dann halt den Springer über H5 nach F4 überführen eventuell und dann die Bauer nach vorne ziehen. Und ich denke, dass hier der schwarze Aufbau sehr vielversprechend ist. Es dürfte schneller sein. Allerdings und stattdessen spielte Ding C5 hier und wehrt sich so ein bisschen gegen den weißen Angriff. A3. Logisch. Wir wollen unbedingt B4 hier spielen, um hier zu attackieren und die B-Linie zu öffnen. C6 hier. B4. Läufer C7. Das war die Idee von Ding, diese Bauern vorzuschieben und dann mit dem Läufer diesen Springer anzugreifen und sagen, komm, jetzt geh mal weg mit deinem Springer. Springer C4. Gefällt der Engine Stock für Streize, mit der ich analysiere, sehr gut und sagt, ja, das müsste etwas besser sein für weiß. Mir ist allerdings nicht klar. Naja, wahrscheinlich ist die Idee hier zu schlagen, Turm B1, die Linie zu öffnen. Läufer E3 ist in der Pipeline. Giri spielte allerdings hier nicht Springer C4, sondern Springer B3. Attackiert direkt diesen Bauer. Springer D7 deckt den Bauern. H3. H3 greift den Läufer an. Läufer H5. H3 war nicht nur die Idee, den Läufer zurückzudrängen, sondern es geht auch darum, glaube ich, F5 hier so ein bisschen zu verhindern bzw. zu verzögern. Läufer E3. Logischer Zug. Greift den Bauern C5 an und jetzt spielt aber der Chinese groß auf. Und das ist sehr, sehr instruktiv, um nicht zu sagen lehrreich. F5. Ganz, ganz stark. Ignoriert das hier und greift seinerseits am Königsflügel an. Auch unter Bauernopfer. Giri sagt, okay, ich nehme jetzt erstmal den Bauern hier weg. Läufer schlicht C5. Aber Ding geht einfach zur Seite und attackiert jetzt. Idee ist hier eventuell zu schlagen und dann Druck zu machen gegen den Springer und die Fesselung auszunutzen. Turm AB1, jetzt so langsam auf das Messer schneide. Beide Seiten attackieren am entgegengesetzten Flügel. Zumal Dame F7 natürlich auch den Springer angreift hier. Weil es musste dann erstmal decken. Also ein wichtiger Tempogewinn für Schwarz hier. Hier ging es weiter mit G5. Sehr interessanter Zug von Ding. Vielleicht ist etwas besser zu schlagen hier. F schlicht E4, D schlicht E4. Nehmen, nehmen. Auf C5 und dann Turm HF8. Den Druck auf F3 verstärken. Schwarz wird definitiv seinen Bauern wiederbekommen, wenn er will. Und macht ganz schön Druck hier am Königsflügel. Stockfisch gefällt die Stellung sehr gut für Schwarz. Aber G5 ist auch nicht von der Hand zu weisen und schön aggressiv. Gefällt mir sehr. E schlicht F5. Und jetzt seid ihr dran. Ich gebe euch eine Auswahl. Was sollte Schwarz hier spielen? Auf F5 nehmen oder G4? Weiter angreifen hier. Ups, der rote Pfeil zeigt in die falsche Richtung. So. Der beste Zug ist hier Dame schlicht E5. Einfach erstmal den Bauern wieder nehmen. In aller Ruhe. Nach Dame E4 mit der Dame zurückgehen. Und dann halt in aller Ruhe die Stellung am Königsflügel weiter öffnen. Euch fällt vielleicht schon auf, dass Bauernopfer hier geschehen. Wenn auf entgegengesetzten Flügeln gespielt wird. Man nennt das auch mit heterogenen Rohaden. Dann ist es ganz wichtig, so schnell wie möglich auf dem Flügel anzugreifen, wo der gegnerische König steht. Das ist eine ganz simple Regel. Und Bauernopfer sollte man nicht scheuern in so einer Situation. Auch das gefällt hier Stockfisch immer noch etwas besser für Schwarz. Stattdessen spielt der Ding hier G4. Und das ist leider ein Fehler. Ich denke auch so ein bisschen aus der Turniersituation heraus. Leidet so ein bisschen die Motivation von Ding auch. Weil er sieht, er ist irgendwo am Tabellenende. Er kann das Turnier höchstwahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Und ja, etwas zu schnell hier vielleicht auch gespielt. Sehr, sehr schade. Denn hier fand Giri eine sehr, sehr starke Reposte. Natürlich nimmt man hier nicht raus. Weil nach Läufer schlicht G4, das sieht richtig übel aus mit der Fesselung hier. Dame schlicht G5. Die G-Linie öffnet sich. Und das sieht fürchterlich aus hier. Weil Schwarz hat dann die Linien zum Weißen König schneller geöffnet, als der Weiße auf der anderen Seite. Nach G4 fand aber Giri eine sehr, wie gesagt, eine sehr starke Erwiderung. Und zwar Springer G5. Angriff auf die Dame. Dame schlicht F5. Greift hier den Springer an. Es droht, ja, so ein bisschen auch. Wobei der Bauer ist gefesselt. Aber es hängt der Springer. Ja, aber wenn der Springer weggeht, würde natürlich sowas wie G schlicht H3 kommen mit Angriff auf die Dame. Und das ist komplett lost hier. Turm HG8 und so auf der G-Linie Feierabend. Aber natürlich spielt Weiß hier nicht Springer E4, sondern H4. Deckt den Springer. Und jetzt ist der G-Bauer auch noch gefesselt. Hier merkt er wahrscheinlich den Ding schon, dass er Mist gebaut hatte. Er spielt hier jetzt B6, greift den Läufer an und sagt, okay, jetzt geh mal zurück mit deinem Läufer. Und wahrscheinlich könnte man auch nach E3 zurückgehen. Und hier gefällt schon wieder Stoppfisch die Weiße Stellung sehr gut, weil er sieht, dass Schwarz sich hier verlaufen hat. Und Weiß hat jetzt hier also A einen Bauernmeer. Aber was noch viel schwerer wiegt, der König hier, der wird angegriffen werden. Mit A4, A5, C4, C5 oder A4, B5. Und der Angriff auf der anderen Seite ist abgewehrt. Der Läufer auf A5 steht total schlecht. Aber Giri nahm gar nicht den Läufer zurück, spielte den Läufer gar nicht zurück. Stattdessen zog er Springer E4. Sehr, sehr gut. Auch sehr mutig. Opfert hier eine Figur. Was beide allerdings hier übersehen haben. Was würdet ihr hier spielen? Ich werde euch jetzt keine Auswahl geben. Was würdet ihr hier machen mit Schwarz? Gut, den Läufer nehmen ist natürlich ein Kandidatenzug. Schlagzug, aber es gibt vielleicht noch was Besseres. Was würdet ihr hier ziehen? Der stärkste Zug ist hier G3. Das haben beide übersehen. Jetzt ist der Läufer gedeckt. Dame muss weg. G schlicht F2, Turm schlicht F2 oder sowas. Ne, Moment. Dame B2, G schlicht F2, Turm schlicht F2. Und hier Dame G4. Und Weiß hätte hier schon präzise spielen müssen. Läufer E7, Turm E8, Läufer D6. Die Stellung ist besser für Weiß. Aber noch ist nichts entschieden hier. Der Springer auf E4 ist natürlich eine extrem starke Figur in dieser Situation. Tipp, wenn ihr eure Springer zentral postieren könnt, unterstützt von einem eigenen Bauern. Dann macht ihr alles richtig. Vor allen Dingen, wenn hier keine Bauern mehr sind, die den Springer entfernen können. Ding allerdings hier, Namen den Läufer. B schlicht C5, B schlicht C5. Und der Angriff dringt jetzt durch für Weiß. Erstaunlicherweise auch extrem leicht. Springer F6. Wahrscheinlich dachte sich hier Schwarz gar nichts bei. Aber jetzt kam die kalte Dusche. Springer D6, Schach. Und Läufer schlicht D6, C schlicht D6, Turm schlicht D6. Der König ist geöffnet. Und hier muss man sagen, Chapeau an Anishgiri. Der hat das super gerechnet. Und sehr gut eingeschätzt. Ja, was ist jetzt hier ein sehr, sehr starker Zug, der den Finger in die Wunde legt und im Prinzip für die Entscheidung sorgt? Auch gerne wieder hier das Video pausieren und nach einem guten Zug schauen. Wie komme ich hier dem König näher? D4 ist hier der Zug. D4 öffnet hier die Diagonale für die Dame. F1, A6. Er droht hier zu schlagen. Der Springer kommt nach C5. Die B-Linie ist offen. Und hier ist komplett lost. Stockfisch zeigt hier riesigen Vorteil an für Weiß. Was bedeutet, dass Weiß auf Gewinn steht. Ding wollte versuchen hier, also wollte nicht, dass Weiß hier schlägt auf A6, spielte C5. Opfert damit aber noch einen weiteren Bauern. Springer schlägt C5. Jetzt hat Weiß sogar nur, ja, gar nicht so einen großen materiellen Nachteil. Turm E8 bringt einen Turm ins Spiel, aber es ist Feierabend. Dame C4. Und hier gab der chinesische Großmeister auf. Schon ein, zwei Züge vorher sah man eben schon die Body Language Sprachbände. Er war total geknickt. Und ja, warum hat er hier aufgegeben? Es droht allerlei. Es droht hier ein Abzugsschach mit dem Turmschlagen hier. Und der König ist halt mega weit offen. Zum Beispiel König D8, wenn er wegläuft, Schach. Schlagen hier. Und dann hier wahrscheinlich Turm B7. Dann droht hier wahrscheinlich Dame C7. Und Matt, ne? Da wird schon Matt drohen. Der König ist halt super offen hier. Und ja, es ist leider Feierabend. Ich muss gestehen, das Ergebnis täuscht so ein bisschen über den Spielverlauf hinweg, ehrlich gesagt. So super verdient finde ich den Sieg nicht. Ich finde sogar eher das Ding hier, Anish Giri eigentlich überspielt hat mit Schwarz. Insbesondere nach der Eröffnung zwischen dem 11. Zug und dem 20. Zug. Leider hier an der Stelle nach dem 20. Zug G4 so ein bisschen nicht richtig hingeschaut. Ich denke, in einer anderen Turniersituation, mit einem frischen Ding im Kopf, mental nicht ausgepowert durch die schlechte Turniersituation, hätte er ihn, ich bin mir jetzt sehr sicher, hätte er ihn überspielt. Hätte er ihn echt im Angriff erstickt am Königsflügel. So sieht es aus, als ob Giri eine tolle Partie gespielt hätte. War aber nicht so aus meiner Sicht. Und ja, aber für den Turnierverlauf, oder seid ihr meine Meinung? Erstmal dürft ihr gerne kommentieren, was meint ihr dazu? Für den Turnierverlauf allerdings spannend, weil Nepomniachi gegen Caruana war eine laue Luftnummer in der 11. Runde. Total dröges Remis von Beginn an. Nepomniachi scheint nichts mehr riskieren zu wollen, führt das Turnier mit 7 aus 11 an und will das so ein bisschen austrudeln lassen. Aber Anish Giri ist immer auf dem Fernse, mit 6,5, halben Punkt dahinter. Allerdings der schlechteren Zweitwertung, das ich vermute mal bei Punktgleichstand ist, Nepomniachi vor ihm. Und Caruana, 6 aus 11 jetzt, ein Punkt dahinter. Es laufen noch zwei Partien. Grischuk gegen Vashila Graf ist eine super Partie in der 11. Runde. Dauert noch an zu diesem Zeitpunkt. Werde ich vielleicht noch analysieren für morgen. Mal schauen. Aber Vashila Graf scheint zu verlieren. Dann wäre er raus und es würden dann eigentlich nur noch drei Spieler um den Turniersieg kämpfen. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Meine Berichterstattung geht natürlich weiter. Ich werde auch live kommentieren noch am Samstag. Werde ich sowieso nochmal morgen Bescheid geben. Mit Frederik Swane. Ab 13 Uhr die 12. Runde. Und Dienstag, die letzte Runde, werde ich auch nochmal kommentieren. Live auf Twitch im Stream mit Großmeister Elja Saragatzki nochmal. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Freue mich. Bis dann. Macht's gut.